Und ich habe total vermisst, Trainerin zu sein. Und dann dachte ich, okay, jetzt habe ich sowieso keine Lizenzen. Womit starte ich? Und ich habe immer wieder was gesucht, ausprobiert. Und mir hat irgendwie nicht wirklich irgendwas gefallen. Auf einmal an einem Sonntag putze ich in meine Wohnung, habe einfach Fernsehen angeschaltet und dann läuft Musikgarten. Und auf einmal kommen zwei junge Menschen, unter anderem Peter, und machen so coole Moves. Ich dachte, genau, genau das will ich. Und dann sofort habe ich nur den Namen Breaklatics gehört und sofort recherchiert. Habe sämtliche Zeitungsartikel über Peter gelesen und dachte ich, wow, der Typ ist auch so cool, das ist deutsche Breakdance-Meister. Genau von ihm will ich das lernen. Und nicht aus Amerika wieder mal ein Fitnesskonzept, sondern genau aus Berlin. Und mir ist wichtig auch die Persönlichkeit immer von Trainern, weil ich bin selbst hoffentlich so eine vorbildliche Trainerin und versuche die Leute zu inspirieren, einfach mit meinem Lifestyle. Und ich wollte genau bei solchen Menschen auch lernen. Und Peter ist ein cooler Trainer, ist und bleibt cooler Trainer. Und in dieser Community sind auch coole Menschen. Und irgendwie, ich habe sofort ein sehr gutes Gefühl. Das Einzige ist natürlich, mein Mann hat sofort herangestellt, wow, nach fünf Jahren traust du dir wirklich zu, sechs Stunden und mehrere Tage Ausbildung zu machen. Wie gesagt, weißt du, als Peter gesagt hat, sogar seine Mutter konnte dieses Training absolvieren. Ich schaffe das, ich schaffe das. Das war strengend, aber ich habe das geschafft. 5, 6, 7, 8 Ich bin Irina Kohlrautz und ich bin 46 Jahre alt, lebe in Ludwigsburg und seit meinem 17. Lebensjahr bin ich eine Fitnesstrainerin. Und in meinem aktuellen Job, im Hauptjob, arbeite ich an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. Ich bin Wissenschaftsmanagerin, eigentlich ganz was anderes, weil ich brauche unbedingt Stoff für den Kopf und muss mit dem Kopf viel denken. Das brauche ich. Und gleichzeitig, ich brauche unbedingt Bewegung. Und ich habe schon mal ausprobiert, in die anderen Kurse zu gehen, aber ich stehe sehr gern und treibe die Leute sehr gern vorne. Und ich brauchte schon seit langem ein ganz cooles neues Konzept im Training und bin froh, dass ich für Zufall Hit the Beat in 2018 kennengelernt habe. Und seitdem bin ich auch die Trainerin, mittlerweile Advanced Trainerin, bald hoffentlich auch die dritte Stufe schaffe ich auch. Genau. Und ich brauche auf jeden Fall intensives Training, um Stress abzubauen, weil ich arbeite sehr viel und sehr gern. und nach dem Training bin ich wie neu geboren. Bevor ich Hit the Beat kennengelernt habe, war ich tatsächlich schon aktiv, ungefähr so ein halbes Jahr auf der Suche nach einem neuen Fitnesskonzept, was ich erlerne und damit durchstarte. Weil ich muss sagen, vor der Schwangerschaft habe ich sehr viel Sport getrieben und war erfolgreiche Fitnesstrainerin. Und dann auf einmal musste ich liegen und dann nach der Schwangerschaft, nach der Geburt hatte ich Probleme mit meinen Knochen, musste sogar einen Monat im Rollstuhl sitzen. Und da habe ich schon ziemlich stark abgebaut. Ich habe fünf Jahre pausiert und ich habe total vermisst, Trainerin zu sein. Und dann dachte ich, okay, jetzt habe ich sowieso keine Lizenzen. Womit starte ich? Und ich habe immer wieder was gesucht, ausprobiert und mir hat irgendwie nicht wirklich irgendwas gefallen. Auf einmal an einem Sonntag putze ich in meine Wohnung, habe einfach Fernsehen angeschaltet und dann läuft Musikgarten. Und auf einmal kommen zwei junge Menschen, unter anderem Väter, und machen so coole Moves. Ich dachte, genau, genau das will ich. Und dann sofort habe ich nur den Namen Breaklatics gehört und sofort recherchiert. Habe sämtliche Zeitungsartikel über Peter gelesen und dachte ich, wow, der Typ ist auch so cool, das ist deutsche Breakdance-Meister. Genau von ihm will ich das lernen und nicht aus Amerika wieder mal ein Fitnesskonzept, sondern genau aus Berlin. Und mir ist wichtig auch die Persönlichkeit immer von Trainern, weil ich bin selbst hoffentlich so eine vorbildliche Trainerin und versuche die Leute zu inspirieren, einfach mit meinem Lifestyle. Und ich wollte genau bei solchen Menschen auch lernen und Peter, also ist ein cooler Trainer, ist und bleibt cooler Trainer. Und in dieser Community sind auch coole Menschen. Und irgendwie, ich habe sofort ein sehr gutes Gefühl. Das Einzige ist natürlich, mein Mann hat sofort fragen gestellt, wow, nach fünf Jahren traust du dir wirklich zu, sechs Stunden und mehrere Tage Ausbildung zu machen. Wie seht, weißt du, als Peter gesagt hat, sogar seine Mutter konnte dieses Training absolvieren. Ich schaffe das, ich schaffe das. Das war strengend, aber ich habe das geschafft. Also ich fand die Ausbildung mega. Also das war für mich nicht nur Fitnesstraining, das vielleicht auch zum Teil nach kurzer Zeit langweilig wird, sondern das ist etwas auch, womit ich mich sehr stark identifizieren kann. Ich war als Kind auch, habe ich Bühnentanz gemacht und irgendwie, man könnte auch ein wenig was Tänzerisches hier sehen. Muss man nicht, ja. Zu mir kommen Leute ins Training, die auch nicht unbedingt Tänzerische Ausbildung oder Grundbildung gemacht haben. Trotzdem haben sie Spaß, also genau in diesen Tänzerischen, aber leicht Tänzerischen Elementen. Und man kann trotzdem irgendwie sich auch, wenn jemand ehemaliger Tanzprofi war, trotzdem sich austoben dabei. Das ist so ein flexibles Konzept. Du kannst dich, du kannst als Anfänger im Kurs sein, du kannst aber auch mega fortgeschritten Sportskanone sein oder künstlerische Tänzerin sich austoben oder Tänzer. Zu mir kommen Frauen und Männer im Alter zwischen 20 und 60 und ja, ich bin froh. Ich trainiere immer Outdoor. Egal jetzt mittlerweile, sogar im Winter, weil meine Leute einfach gesagt haben, ey, das ist egal, die Musik und diese Moves, die können wir auch beim schlechten Wetter umsetzen und wir sind danach immer wie neu geboren. Das ist so toll. Ich finde, was mir sehr gleich gut gefallen hat, als ich mich angemeldet habe für die Ausbildung, war ganz professionell. gestaltete Plattform. Ich war richtig begeistert von dieser digitale Lösung, dass man schon im Vorfeld, bevor man sich trifft, vorbereiten kann, auf diesen Grundmoves. Und jedes Mal mache ich einmal pro Jahr mindestens eine Fortbildung, bekomme dazu zusätzliche Musik. Die Musik ist auch cool. Also ich liebe das. Meine Teilnehmenden verlangen immer wieder neue Musik, die ist so super. Also auch das macht total Spaß. Die Struktur von der Stunde ist total einfach zu merken, weil wir natürlich, abgesehen von Warm-up, Cooldown und Pausenübungen, haben wir eigentlich einfach pro Stunde vier Bewegungen. Und die kann man in unterschiedliche Ausführungen machen, schneller, langsamer, komplizierter, einfach und dann kombinieren. Und das überfordert auch das Gehirn nicht und gleichzeitig ist total abwechslungsreich. Es trainiert ganz im Körper auch, also von Fußspitze bis zum Kopf, sozusagen am Nacken auch. Überall spürt man die Muskulatur und die Mobility verbessert sich. Als ich zum ersten Mal damals gesehen habe, die Musen, dachte ich, cool, das sieht auch ein wenig so wie Yoga aus, aber ist echt total coole Stimmung dabei. Und ich habe mich total verbessert, also athletisch. Ich habe mich auskuriert nach meiner mega krasse Verletzung, muss ich sagen. Danke. Danke dafür auch. Ich kann mich belasten ohne Ende, muss ich sagen. Und das mit dreimal pro Woche Training. Also ich muss sagen, die Leute, die zu mir kommen, die sind befreit von Schmerzen, wenn sie regelmäßig kommen ins Training. Ich erkläre sehr viel. Jede Fortbildung bringt mich weiter. Am Anfang gab es schon ein paar so Blockaden, aber dann habe ich auch immer wieder mich weiter verbessert als Trainer, den ganz tollen professionellen Weiterbildungen. und dadurch natürlich profitieren meine Teilnehmende. Ich muss sagen, was am beeindruckendsten ist, ist wahrscheinlich tatsächlich doch die Community. Ich bin stolz, Teil dieser Community von Trainern zu sein. Es ist so eine grundlegende, positive Stimmung, einfach Leichtigkeit, die ich manchmal im normalen Berufsleben vielleicht manchmal vermisse. und wenn ich in der WhatsApp-Gruppe von Trainern manchmal die Fotos sehe, denke ich, ach, das irgendwie, ach, das gibt mir so einen Push an Energie nochmal. und wenn ich unsere Trainer sehe oder Kern-Community von Heat the Beat, von Breakdatings, also die Leute sind einfach strahlende Sterne und das gefällt mir am meisten. Also wirklich, also ich bin Beziehungsmensch, deswegen vielleicht ist es für mich am wichtigsten. Und diese Energie trage ich weiter in meinen Kursen natürlich. und die Leute kommen zu mir und sagen, weißt du Irina, wir mögen das Training, aber wir mögen auch dich also und wir kommen zu dir ins Training. Ich wollte noch sagen, wovon ich noch profiziere und in den Fortbildungen profiziere auch ich nicht nur von der sportlichen Seite unserer Fortbildungen athletischer oder gesundheitsfördernder Seite. Ich profiziere auch eigentlich von der Businessseite von den Tipps von Social Media, wie geht man damit um? Davon profiziere ich auch und so viel Ahnung habe ich nicht als digitale Nomadin, sagen wir so. Ich bin nicht unbedingt so sichtbar, aber vielleicht irgendwann traue ich mir zu, auch tatsächlich ein wenig sichtbarer in Social Media auch zu werden, weil ich habe coole Vorbilder. 5, 6, 7, 8 und so weiter. 5, 6, 7, 8 und so weiter. 5, 6, 7, 8 und so weiter. 6, 8, 9, 9, 10 und so weiter. und so weiter. Und so weiter. 6, 8, 9, 10 7, 10, 10